so damit fangen wir auch direkt an mit dem zweiten teil der haupt quest ein paar zu blumen bracht und sonnenblut haben wir gerade hier alles an hier so schön ich glaube ich mache ein foto mit dem hier ist so zack schönes vor oder hier ist ein bisschen raussummen das ist rein wir müssen raus haben wir gesagt ja es ist geil geworden okay das kommt warte bis zum nächsten tag acht bis zehn uhr und optional ist finde katina und mua lani ich warte bis zum nächsten tag wollen wir hier uns mit dem optionalen umschlagen wenn wir straight durchgehen können so gewartet geht's ist das Ich bin da, um dich zu holen zu holen! Wie, nicht so laut! Wenn du heute nicht gut bist, dann wissen wir, wer zu blame, nicht wir? Siehst du, wie deine Freunde mit mir sprechen, Konnichi? Ich helfe dich dich auf, sich alle auf Zeit zu machen, und wenn ich ein, 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 ein... Nein! Ich hab's gesagt! Mulani ist richtig, aber... ...hobelig. Every letzte von dir. Okay, moving on. Wie warst du heute Nacht, Kachina? Ich hatte ein paar Nerven zuerst, aber mein Vater war großartig. Ich schluchte die Zeit, wenn mein Kopf auf dem Pillow ist. Das ist gut zu hören. Vielleicht hältst du Stress besser als du weißt! Die Konferenz beginnt. Jeder hat etwas zu essen? Ein bisschen. Ich wollte es nicht überführen. Oh nein! Wir waren so busy auf den Tournamenten, aber wir vergessen, zu kaufen etwas! Ich dachte, das könnte passieren. Hier, ich bringe dich etwas. Keine Dank. Ich werde dich zu etwas noch besser machen. Achtung, alle! Der Tournament beginnt! All die Konferenz gehen! Ich rufe... Ich würde sagen, mehr, aber das ist unser Geist. Die Eröffnung ist das, die alles aufzunehmen. Ihr sollt ihr sehen, Kachina und ich aus den Ständen. Wir können... Paimon wird so kürzen. Du hörst es auf dem Stadion! Oh Gott! Das haben wir am meisten Angst. Ich glaube, ihr auch. Ich werde sicher sein, dass ich ein Eier auszunehmen. Na, wir müssen gehen. Wir sehen uns später. Okay, tschüss! 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 Was ist das Leckerhaus? Ich will auch so in der Tasche! Oh mein Gott! Achtung, alle! Der Tournament beginnt! All die Zuschauer, bitte, bitte, bitte! Oh! Denzer? Wow! Wir haben definitiv... Irgendwas wird passieren. Entfernt das Stadium mit der sacreden Flamme? Du wirst nicht die Arena verlassen, wenn das Tournament beginnt. Oh shit! Während der Pilgerreise zurückkehrt, es sei denn vor, es werden einige Stringfunktionen vorübergehend der Aktiviert diese werden nach Abschlusses und jetzt kannst du dir zur Verfügung stehen. Okay! Let's go! Die Pilgerreise der Rückennung der Sacred Flamme ist eine Kompetition mit einer lang, historischen Geschichte. Einige Hofferinnen haben hier gesammelt, alle für die gleiche Prozesse, die Recht zu servieren, in der Night Warden Wars. Before wir beginnen, können wir uns alle von den Regeln bemerken. Heute beginnt mit der Team Stage, bevor wir in eine gewisse Kompetitionen vorangehen. Each Team wird ein hoher Ballon, der wird in einem bestimmten Ort. Die Spieler müssen die Feuerstöße nach den Gründen des Gründen des Gründen des Gründen. Erkümmelte den Feuer durch den Kampf und bringe eine gewisse Menge zurück zum Stadion. Die Verbezüge in der Kampf, die Ausflüge aus den Gründen des Gründen des Gründen und der Abwechslung aus dem Zeitpunkt alles führt zu Elimination. Nur die größten Teams werden die Aufwand der Kampf und zurück in der Arena, die Feuer in Hand geblieben. Ich will da auch teilnehmen. Oh, interessant. Flutsch. Ne. Oh, wer ist das? Wie du es schwächt da? Neis aus. Oh, wie kann ich das? Die Faktoren beeinflussen die Kraft, aber die Verkäufer niemals liegt. Der Pilgrimus ist nicht nur ein Versuch, um die stärksten von uns zu entscheiden, sondern auch eine Stufe, auf der man sich auf Ihren individuellen Verkäufer zu zeigen. Heute merkt man den Beginn der noch eine legendäre Saga, eine geschrieben in den Triumphs der Verkäufer. So, without further ado, let's the games begin! So that's the Pyro Archon? Uh, is it just Paimon, or does she seem kind of intimidating? Kachina said she was friendly and welcoming, but, uh... How did she come to that conclude? Didn't Kachina say she was just an ordinary person before becoming the Archon? Sure doesn't seem like it. She doesn't seem ordinary at all. Oh, oh, look! It's Kachina and the others! Well, folks, it's clear the contestants are already raring to go. The teams will now board their Hot-Air Balloons and make their way to the competition grounds. Chasta! Chasta! Kick their butts! Go, Mulan, and you can do it, Kachina! And the crowd goes wild! The Hot-Air Balloons are about to ascend. Okay, wie wohrbar es ist. Spielen wir jetzt Katina oder Maluna? Katina und Moorlani, da ist es, bestens wir das mal. Oh, eine Feuertower und ein unoccupiertes, aus dem Blick. Geil. Oh mein Gott. 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 We're just getting started. Grab the fire and let's head to the next spot. Einsammeln. Und das Wettsteins. Oh. Das ist gefährlich. Jetzt sind wir jetzt mal die Ult eingesetzt. Okay. Okay. Jetzt mal Biere holt. Gut. Auch gut. Auch gut. Oh, was ist das für eine Fähigkeit? Oh. Oh. jawohl das seins ich wollte schon sagen wir kommen ja da hoch aber mit china müsste sie sein oder nein woher kommen die denn geholt nein das kann automatisch haben sehr cool es ist sehr cool geile fähigkeiten noch mehr nur den glaube ich ist der krank schmerzen trifft um sich schnell vorzubewegen ok so zack ich komme ich da rein jetzt betreten mein gegner an sich geile attacke aber wir machen so wenig schaden und tschau und wir haben auch so ein ding ein feuer was mit denen los ist in der marsch Du solltest einen besseren Lookout halten. Was kann ich noch mit dieser Waffe? Gar nichts, ne? Stick! Und holt! Hier auch einmal holt. Das war gut. Oh shit. Oh, kannst du mal sterben? Jawohl. Ich lauf nochmal durch. Äh, okay. Geht das so? Oder muss ich erstmal das hier aktivieren? Yes. Oh, ist das cool. Oh, we really lucked out. Just grab onto me, Kachina. I'm not sure if you remember, but people from my tribe can ride spiritways over great distances. It's all smooth sailing from here. Thanks, Melanie. Hey, what are you thanking me for? We won as a team. There's no way I could have taken on that many people without you. Let's go! Oh, that was some steam curves. Oh, that was some steam curves. Oh, that was some steam curves. Oh, it doesn't matter. Oh. Ch upper here? Oh, cool. Oh. Yeah, cool. Yeah, cool. Mhm. Francesco 2. Ja, super fast. Ihr könnt einen kurzen Freude nehmen, während die Teamstage zu Ende kommt. Wir werden Nämungen ausführen, um die individuellen Match-ups zu entscheiden. Nachdem gehen wir zur nächsten Szene der Konferenz. Ich wünsche euch beide das Beste. Ihr zwei seid in verschiedene Lounge-Agelegenheiten. Solo-Battle ist nächstes. Und ich war letzte letzte Mal drei Wahlen kurz. Ich muss besser machen. Just calm down, Kachina. Du bist in guter Form. Du kannst das machen. Halt es da. Das ist der Konferenz Lounge. Unabhängig zu werden. Wir Konferenz, auch. Lasst uns durch. According zu meiner Liste, Sie sind nicht von den individuellen Match-ups. Wir würden immer noch die Konferenz sein. Wir haben nur die Konferenz, weil zwei andere Konferenz auf uns sind. Wenn Sie einfach nur die Referee kontaktieren... Wait, Sie sind? Well, schau mal, wer haben wir hier. Weißt du von uns? Dein kleines Kachina hat uns nicht gewollt. Seitdem wir wiederholfen haben, werden wir das einmal und für alle. Wir sehen uns, wer wirklich verdient werden, bis zum nächsten Mal. Wir kämpfen! Jetzt? Wir haben uns nicht gewollt. Wir müssen, Kachina. Wir müssen uns nicht gewollt, Kachina. Wir müssen uns nicht gewollt, um diesen Request zu erinnern. Oder du! Du bist einfach da! Wir haben hier eine Sicherheit! Wir müssen hier! Vergiss die Regeln! Es ist das Pilgrimation, um die stärkste Kräfte zu wählen? Sie hat uns einfach auf die Karte gewollt. Es war nur ein Glück. Genau! Jetzt ist unsere Chance, um es zu spüren und schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kachina! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kachina! Kachina! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Oh, toll! Dann kommen wir her. Das? Oh! Nee. Jumakasa oder Jumakasa können das Pektin von Flammengranaten aus den Backen, Teichensschleudern und umschwere Objekte aussehen. Oh, okay. Krass. Tee? Da unten gab es bestimmt etwas, deswegen. Oh, was ist denn das? Damals Chronik. Interessant. Müssen wir uns später noch anschauen. Jetzt erstmal weiter mit der Quest. Ist die überhaupt? Hämmer der heißen Quellen. Oh, ein Delphine. Oh, ein Pinguin. Da unten ist alles später. Ich will mir nichts anschauen, sonst bleibe ich wieder hin. Endlich. Ich will mir nichts deputy hier. Oh, da sind wir hier. Wir sind auf Straling gelandet. Das sind Beach Boys. Oh, wow. 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 Apparently she could never come into contact with hot water before And now she's visiting the hot springs every night Yeah, so we got to thinking What if we renovated the abandoned spring behind her back Then threw her a huge surprise Chief Amina thinks it's a great idea too Of course, how could you even think? I'm a little busy right now though Of course, take your time These artificial springs are pretty new But the experience is just as good as the natural ones if you ask me We really worked And you two, I know you want to focus on Atea's surprise But don't forget your patrol duties in the meantime You got it Chief, we'll keep an eye out You can count on... Alright, we're off then I'm also gonna head out Have fun Dankeschön Geil, it's a snowman, by the way Oh, I already arranged swimwear Und Kleidekabinen Was zieh mir denn an? Vor allem, was zieh Palmon an? Jawohl Oh, oh, ah, ha, ha Yeah, it's so nice The steam The first time I came to the hot springs There was no calming effect whatsoever It was actually pretty funny looking back on it They were absolutely frantic Looking for me all over Until final I was too young to remember the whole ordeal But my parents told me all about it So feel free to go for a swim Okay, here goes Auntie Atea You really came to check on us? Of course And I'm glad you listened I brought you all some milk and snacks The temperature in the artificial springs isn't too high So I went with source crackers and grain fruit chips Oh, thank you! Well, I did make them myself Very few young people know how to truly appreciate hot springs So listen carefully To bathe in a hot spring is to completely empty your mind As such, swimming around the pool is incredibly disruptive Hey All right Looks like you were able to adapt to the temperature No problem Well, I've got to get going Oh, and make sure you drink your milk I'm looking at you, Mualani That better not happen again Whether I'm here to catch My mom didn't think you were the type to do I remember thinking I'd totally get away with it too But turns out milk is pretty easy to sp- Some people get dizzy if they stay in here too long You guys all right? My mom's fine Just a bit of stuff Looks like you two are natural I certainly don't trust their aesthetic taste In exchange though, I can recommend a- Huh? Yeah, she brought us snacks and taught us about the hot springs We wanted princes supposed to help you Well then, the more the merrier All right, we should get go Too slow I'm not going to be able to try it Follow me Squall of fury Mulani! We're here to help! But you're important guests We can't put you- All right, all right Stop trying to out-polite-y Now, where to start? Hmm, looks like the water outlet is- Ooh, those boxes in the corner need to be thrown out as well Also, someone needs to go out and get some cloth, wood and decorations Oh, and snacks too I say we get enough for 20 or 30 people I'm not good at hacking Hey, I'm not any better And I wouldn't even know what to buy How about we handle things here? Yeah, that works I can introduce you to all the shops while we're at it Die zu Einkaufsstraße, um die nötigen Dinge zu kaufen What's following me? Too slow Hey there, Yellowfax Hope business has been going well Well, if it isn't Mulani Back from the pilgrimage That's right Didn't make the cut this year, though Well, it wouldn't be a competition if everyone got to win So, what'll it be today? Here, it's all on the list Quite a sizable order, as you can- Wow, that is a large order That's right Keep this between us for now, but- Wait, you're saying she can go in the hot springs again? That's great news How about this? You can have the decorations on the house And I'll give you 20% off the cloth and wood Come on, I know you can sweeten the deal That pile of wood's been sitting there since I left for the pilgrimage At this rate, you need to get rid of it or it's gonna go moldy All right, all right Such a handful Just give me a moment while I pack all this up for- Hmm Wow, that was amazing, Mulani All in a day's work By the way, Yelifath Are these two stones for sale? Interested? They will- I'm not planning to haggle this time, I promise Package them- Nope Kachina likes shiny little trinkets So, whenever I- I'll hold on to them for now It'll be a nice little surprise for her When she returns victorious from battle All right That should be everything Let me see What's this creative vats on the house? Seven years ago, when the abyss attacked our tribe Attea saved my brother's life She never asked for anything in return But I could never forget what she did for my family that day So, send her my regards, would you? And have fun Oh, we will It's gonna be a party to remember Thanks a lot, Yelifath Yelifath I'll bring out debris from the bottom of the spring Did you guys get everything? Oh, we brought back tons of stuff We set it down in- All right then Roll up your sleeves everyone And let's get back to work Actually, why don't you two take a break I'll handle it from here So, I was brainstorming on the way over And I'm thinking we could draw something on the wall over here And the snacks and drinks can go over there Kann doch nicht die ganze Zeit so friedlich sein Irgendwas wird passieren So, what do you think? It looks amazing Well, I'm usually the one in charge of the family store So, not to mention, this was totally a group Yeah, tonight's death I see Hmm This? Well, let's call it a day then Traveler, I'm on You must be tired Wir schlafen doch einfach hier Lass mich doch in Ruhe Ja, zum Gast, dass du nicht ruhe, ich schaust Ich hätte auch hier warten können Huh, too slow Quit following me Okay Ch Engage Quit following me Es ist Morschen. Also klar. So, jetzt aber. Und mal in die Segelaufen. Und dann? 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 Mulani! Und Atea! Atea took care of it, aber sie ist injured. Alright, alright, stop fussing. Don't you think I know my own li- Wait, no! This was meant to be- For me. Atea! You think I couldn't tell you were avoiding me on purpose? And you, Mulani, were you the one that brought the snacks? How many times have I told you? Forget about that! The doctor is almost here and you're gonna get all better. You will die. The impurities and the elemental energy we embody repe- What? The crystal has been pure? The anguish he feels has brought- I also came across a tear-dropped crystal. Atea! Atea! Wait, what do you mean? What is this? Some sort of purification? How can that be? I never knew that was even possible. Atea! Atea! Yes, thanks to the Traveler. By the way, Traveler, are you alright? I just saw you purify abyssal power from Atea's body. That didn't end. You're sure? Good. Oh, thank goodness. You scared us all half to death- Alright everyone, head back and get some rain. We'll celebrate Atea's recovery. And most importantly, we'll show the Traveler and Paimon how grateful we are for their aid. Let's make it an occasion to remember. Dismissed! Got it! Got any other secret powers I should know about? But seriously, you really came through for us tonight, so thank you. Hyman almost forgot you had that ability. You used to back in Monskat to cleanse the Voli- That was some quick thinking, Traveler. Huh? Oh, scheiße. Abyssal power still exists within her body. Immersing her- We think Auntie Atea is ill. She can never come into contact with hot water before and now she's visiting the hot springs every- Hello! Traveler! Scheiße, die Arme. Die wird sterben. Mando! M-Arch-Kreflin-Sauze. Haha! Too slow. You're not following me. Was? Was? Snacks not to your taste? Hot spring temperature? None of the above, huh? I heard you were the one who cleansed the abyssal power yesterday. You sensed it. I was hoping to keep it a secret for a few more days. Who? Me? Yes, you. Come on. Hey! Uh... Just going to get some air. You have fun. We'll be right back. Oh, and there are extra snacks in that box over there, if they need replenishing. Oh, right! Hier soll ich fertig sterben. Mulalani. Ja? Nimm meine letzte. Oh, sie. Sie hat so groß geworden. You know that? Feels like just yesterday you would tell me. How are your parents? They're away on business. Traveler, did something happen? I guess I wasn't visiting the hot springs, because I was getting better. And that pylon yesterday, I didn't go face it by my... It's because... Your friends saved my life in that cave. And because of that, I got to into the hot springs. I'm just trying to enjoy them for as long as I have left. Oh. Mulalani? That better not happen again, whether I'm here to catch you or not. That's what you said back at the art of... I... Wanted... You want to know something? Recovery? You've never been resurrected, so you might not understand. But Death and I? I... I lived with regret for a long time. But yesterday, I was finally able to let go of that regret. Not only because... Seeing you out there, even if I was never injured, all day it would still take me one day. Just remember, whether in life or death. I understand. Seems like you've... I'll do everything in my power to protect our tribe, our nation, and look good. Oh. And if any of you have the chance to meet with the Archon, could you give this to her for me? No, Frelish. A talisman I've carried with me my whole life. It's brought me good fortune and bad... Just tell her... It embodies... Don't worry. Alright. Traveler, Atea, Mualani! If you don't hurry up, there won't be any snacks left! Excuse me, what did I say about bathing in the hot springs on a full stomach? Hey, are you listening to me? Okay. Sie haben es wieder wie ein Kaugummi gezogen am Ende, na? Unfassbar. Life is a journey, in which there is... I'm going to make a good job. Very nice. Siegen von Thornasa bietet der Thornatafel Pyrosiegel da. Okay, okay, okay. Und hier, oder was? Halt hier als Talisman erhalten. Zwei Tage. Oh, der zweite Akt. Es geht also noch weiter. Gut, dann machen wir hier den Cut, Leute. Ich werde hier noch das Ding aktivieren. Aber im nächsten Video geht es dann weiter. Dann machen wir weiter mit Akt 2. Dein Besuchschau. Bis dahin. Ciao, ciao.